Hey, ich bin's, Beni. Ich bin gerade unterwegs für mein Format, die Beni-Challenge im Disney Channel. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in der Show, eine ausgewachsene Königspython. Zum Glück mag sie mich, deshalb hängt sie hier ganz relaxed auf meinem Arm. Und wir beide wollten euch ganz viel Spaß wünschen an der Kinder-Uni in Ilmenau. Und ich sage euch eins, studieren ist was ziemlich Cooles. Ich habe früher mal Jura studiert an der Universität in München, habe dabei echt viel gelernt fürs Leben, trotzdem bin ich beim Fernsehen gelandet, macht aber nichts, aus euch wird bestimmt mehr. Also viel Spaß in Ilmenau an der Uni, wir drücken euch die Daumen und sehen uns natürlich bei der Beni-Challenge. Bis dann, ciao.